Sie wollen Urlaub in der schönen Vulkaneifel machen, suchen aber noch eine Unterkunft? Wir heißen Sie willkommen in unserer Ferienwohnung Hau. Auf 75 Quadratmetern bieten wir Ihnen ausreichend Platz für bis zu 5 Personen. Zutritt erhalten Sie über einen separaten Eingang im Einfamilienhaus. Neben der gemütlichen und modernen Innenausstattung können Sie sich auch auf eine Sonnenterrasse und einen nicht weit entfernten Kinderspielplatz freuen. Unweit der Wohnung finden Sie idyllische Wald- und Wanderwege sowie Geopfade und Fahrradstrecken. Daunermare und Nürburgring sind auch in der Nähe. Haben Sie noch Fragen zu unserer Ferienwohnung oder wollen Sie gleich bei uns reservieren? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!